Liebe Lichtensteinerinnen, liebe Lichtensteiner, während der Liga 2022 haben wir mit eurer Unterstützung über 300 Dialektwärter auf unserer Wand gesammelt. Wir haben mich jeden Tag mit den kurligsten Begriffen überrascht, die ich nie im Leben selber erraten habe. Aber genau das probieren wir jetzt mit unserem Team. Sie haben ab und zu ein bisschen Hilfe gebraucht, aber schaut doch am besten selber. DigiCube Dialekt Challenge 2.0 Wenn eine Person amergelig, amergelig ist, was ist sie dann? Beton aber. Nein, 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 lese es du. Ammergelig? Amergelig. Amergelig? Also das Wort spricht man aus amergelig. Ah! Ah doch! Amergelig. Ammergelig. Ammergelig sagt man. Dallig. Wegen der Gallen und so. Ich glaube, Gallen, ja. So ein bisschen sauer, süß. Ja, genau. Ja, genau. Gellig ist nicht gallig. Und wenn es gerade sogar ein eigenes Wort hat dafür. Was? Dünn. Wieso dünn? Keine Ahnung. Kann irgendetwas sein. Weiss ich was. Nein, sorry. Ähm. Nein, sorry. Also, dann bestell doch mal deine... Ähm. Ähm. Ja, jetzt sind wir 40 Minuten. Ammergelig. Bitte um einen Tipp. Sag gut. Tipp, ey. Was wollen wir machen? Der Tipp ist dieses Buch. Das ist euer Tipp. Raupenbild. Was? Scheiss Raupen. Zappelig. Oh, Raupen zappelt. Brutal. Ne. Ja. Ist das die Raupenimmersatz? Ah, Nimmersatz. Also, ja. Ah, Nimmersatz. Aha. Raupenimmersatz. Raupenimmersatz wäre eigentlich zu easy. Oh, das weiß ich. Was ist ein oder eine Minzla? Weißt du das? Du weißt es auch, oder? Min, min. Ist das... Ist das eine Katze? Oder was ist das? Nein. Ist es eine Katze? Ja, schau. Der Türcher hat es herausgefunden. Ich würde sagen, halt Mieze. Ja, Mieze, ja. Ja, Mieze. Ein Kätzchen. Hallo daheim. Das ist aber otalos. Was ist denn damit gemeint? Das frage ich mir gleich auch. Hoffnungslos? Bedeutungslos? Sinnlos? Nein, es ist aber otalos. Ja, ich hätte auch gesagt, das geht gar nicht. Unter aller Sau sein. Vielleicht betonen wir es falsch. Es hat ja nichts mehr betonen zu tun. Gut, aber es sind die gleiche. Egal, wie es betonen. Nein, jetzt muss man mit Minzla. Ist schon darauf ankommen? Minzla. So. Wenn es herzlich ist. Also, was in deinem Kopf abgeht, das möchte ich gerne wissen. Hopp. Ja, der nimmt uns als Publikumsjoker. Wir bräuchten den Tipp, denn wir kommen nicht darauf. Tipp. Tipp. Der Tipp ist, Menschen und Essen können otalos sein. Ah. So langweilig. Aha, langweilig. Äh, ja halt so geschmackslos. Langweilig. Ja. Das können wir gerne weiterraten. Otalos. Ich sage ja, ja, otalos. Geschmackslos. Bei welchen Problemen hilft dir ein Hose-Silo? Also ein Silo vor einer Hose. Keine Ahnung. Ich finde das. Gurt. Ah, das würde man gut kombinieren. Oder die, 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 wie heissen sie? Äh. Äh. Hosenträger vielleicht. Hosenträger? Hosenträger. 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 All am Cena. Was wird hier gemeint? Immer am Essen? Nein? Cena. Ich habe jetzt Cena, von Italienisch Cena gemeint, aber... Wenn ältere Leute so Sachen sagen wie, der macht immer nur das, dann ist es immer negativ konnotiert. Und das ist immer so etwas, was sie noch nicht gemacht haben. Zum Beispiel immer am Fernsehen schauen, immer am Gamen, immer am Schlafen, weil früher hat man ja nicht geschlafen. Mhm. Mhm. Früher hast du nicht mehr gearbeitet. Genau. All am Motzen. So nörgeln. Nerven. Trotzen. Trötzeln. Trötzeln. Mieke. Cena ist eigentlich rarer Reklamierer, würde ich sagen. Was befestigt man mit dem... Ga-da-la-da-la-ela. Ga-da-la-da-la-la. Ga-da-la-da-la. Ga-da-la-da-la-la. Ha, ja noch mal. Ga-da-la-da-la-le-la. Ga-da-la-da-le-la. 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 Das ist nicht so random. Ja, eben. Es gibt nicht so viele Sachen. Nein, jetzt sind wir noch. Ich bin befestigt. Wahnsinn. Du siehst, ich habe es versucht. Ich wollte damit ein Ende machen. Es gibt nicht so viele Sachen, die man befestigen kann. Vielleicht ist es etwas, um die Kamera befestigen. Oder, Josip? Sein Stolz lässt es nicht zu. Es gibt eine Schraube, die man befestigen kann. Ein typischer Melser. Mit Kleber kann man etwas... Ich bin kein Melser, ich bin ein Wanser. Ein typischer Wanser. Da hinten ist ja alles Bergler. Also, es gibt ja so einen Vulkan. Er heisst, was cool. Und das ist für mich ähnlich. Haben wir etwas gefunden, das der Lichtersteiner nicht weiss? Ah, das ist vielleicht von den Fenstern. Dass man sie so weghängt quasi. Also befestigt. Ga-da-la-da-le-la. Also der Le-la, der... Also halt... Ja. Also die Befestigung vom... Ga-da. Fensterladen. Und bei den alten Häusern im Horror macht es immer so... Pfff... 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 Und dann verklebt sie sich. Und so... Liebe noch einmal. Auf Wiedersehen! Schönenlochen거로gré painting.